Katharina Valente, einer der hellsten Stars der europäischen Musik- und Unterhaltungsindustrie, hat ein bewundernswertes und äußerst erfolgreiches Leben hinter sich. Katharina Valente wurde am 14. Januar 1931 in Mailand, Italien, geboren und ist nicht nur für ihre schöne Stimme berühmt, sondern auch für ihr Talent als Schauspielerin und Tänzerin. Hinter dem Ruhm ihrer Karriere steckten jedoch auch Prüfungen und Schmerzen in ihrer Familie, insbesondere die herzzerreißende Geschichte ihrer jüngsten Tochter, die gegen Darmkrebs kämpft. Katharina Valentes, jüngste Tochter, Silvia, geboren 1964, hat einen unerbittlichen Kampf gegen Darmkrebs. Silvia wuchs in einer Atmosphäre der Kunst und des Ruhms ihrer Mutter auf, konnte sich jedoch einem schwierigen Schicksal nicht entziehen. Darmkrebs ist eine verheerende Krankheit und Silvia musste viele schwierige Behandlungen über sich ergehen lassen, von der Chemotherapie bis zur Operation, in der Hoffnung, ihre Gesundheit und Lebensqualität zu bewahren. Silvias Geschichte ist nicht nur eine Reise im Kampf mit einer grausamen Krankheit, sondern auch ein Beweis für die bedingungslose Liebe und Unterstützung ihrer Familie. Obwohl Katharina Valente in ihrer Karriere viel erreicht hat, hätte sie nichts auf den Schmerz vorbereiten können, ihre Tochter beim Kampf mit ihrer Krankheit zusehen zu müssen. Katharina war für Silvia immer eine große Quelle der Ermutigung und nahm sich in den schwierigsten Zeiten Zeit, sich um ihre Tochter zu kümmern und bei ihr zu sein. Obwohl Silvia in ihrer künstlerischen Karriere nicht das erreichen konnte, was ihre Mutter getan hatte, bewies sie Mut und Widerstandskraft im Kampf gegen die Krankheit. Ihr Leben wird nicht nur an ihren Siegen auf der Bühne gemessen, sondern auch an ihrer mentalen Stärke und ihrem Durchhaltevermögen, die größten Herausforderungen zu meistern. Die Tage des Schmerzes, der Müdigkeit und der Angst haben ihr und ihrer Familie nicht das Licht der Hoffnung genommen. Als Silvias Krankheit immer ernster wurde, hörte Katharina Valente nicht auf, für die Genesung ihrer Tochter zu hoffen und zu beten. Allerdings ist der Kampf gegen Darmkrebs eine schmerzhafte und unvorhersehbare Reise und manchmal scheint es, als sei das Leben fragiler als je zuvor. Momente wie diese stellten die Geduld und Stärke der gesamten Familie Valente auf die Probe. Letztendlich ist Silvias Geschichte nicht nur eine Lektion in Sachen Widerstandskraft, sondern auch eine Erinnerung daran, wie wichtig Liebe und Unterstützung durch die Familie in schwierigen Zeiten sind. Obwohl Silvia nicht mehr bei uns ist, werden wir uns immer an ihr Vermächtnis und ihren Kampfgeist erinnern und sie in Ehren halten. Silvias Leben ist ein Beweis für die Kraft der Liebe und Ausdauer, Eigenschaften, die Katharina Valente und ihre Familie in herausfordernden Jahren so belastbar und emotional bewiesen haben. 1996 gab sie ihr letztes Konzert in der Leipziger Oper, ein Ereignis, das den Abschluss eines illustren und inspirierenden Aufführungsprogramms markierte. Das Leipziger Opernhaus, berühmt für seine atemberaubende architektonische Schönheit und hervorragende Klangqualität, war für Katharina Valente der perfekte Ort, um sich in einem emotionalen Musikabend vom Publikum zu verabschieden. Das Konzert war nicht nur ein musikalisches Ereignis, sondern auch eine Würdigung ihrer herausragenden künstlerischen Leistungen. Katharina Valente faszinierte mit ihrer exquisiten Stimme und ihrem charismatischen Auftrittsstil das Publikum und hinterließ bei den Fans unvergessliche Erinnerungen. Damit endete die Karriere von Katharina Valente jedoch nicht. Im Jahr 2003 ereignete sich ein besonderer Moment, als sie unerwartet ein Duett mit ihrem Sohn Eric van Aro Jr. sang. Im italienischen Fernsehen. Dieser Auftritt war nicht nur ein bemerkenswertes musikalisches Ereignis, sondern auch ein wichtiger Meilenstein im Privatleben von Katharina Valente. Das Bild von Mutter und Sohn, die gemeinsam auf der Bühne stehen und Musik hören, hat die Herzen von Millionen von Zuschauern berührt. Dies ist ein lebendiges Zeugnis der tiefen Verbindung zwischen zwei Künstlergenerationen und der Weiterführung des musikalischen Erbes von Generation zu Generation. Eric van Aro Jr. mit seinem eigenen musikalischen Talent schuf während des Auftritts eine perfekte Kombination mit seiner Mutter. Die Harmonie zwischen den beiden Stimmen sowie ihre Gegenseitigkeit und aufrichtige Zuneigung bescherten den Zuschauern ein emotionales und bedeutungsvolles Musikerlebnis. Dieser Auftritt war nicht nur ein denkwürdiges Ereignis in Katharina Valentes Karriere, sondern auch ein besonderer Moment in ihrem Privatleben, der den Zusammenhalt und die Liebe der Familie demonstrierte. Katharina Valente hat mit ihrer illustren Karriere und ihren unersetzlichen Beiträgen zur Weltmusik bewiesen, dass Kunst nicht nur Arbeit, sondern auch ein wichtiger Teil des Lebens und der persönlichen Beziehungen ist. Momente wie das Abschlusskonzert in der Leipziger Oper und der Duettauftritt mit Eric van Aro Jr. hat ihren Einfluss und ihre Größe in der internationalen Musikindustrie bestätigt. Tatsächlich ist die Kombination von Kunst und Familie sowie das Teilen ihrer Liebe zur Musik mit ihren Kindern ein Beweis für die unerschütterliche Liebe und Leidenschaft, die Katharina Valente ihr ganzes Leben lang der Kunst gewidmet hat. Katharina Valente hat mit ihren vielfältigen Talenten die Herzen von Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt erobert. Sie begann ihre Karriere schon in jungen Jahren und entwickelte sich schnell zu einer der beliebtesten Künstlerinnen Europas, wobei Hits wie »Ich liebe dich« und »Vivo per lei« zu Klassikern wurden. Mit ihren Gesangs-, Tanz- und Schauspielfähigkeiten hat Valente einen tiefen Eindruck in der Unterhaltungsbranche hinterlassen. Ihre Karriere endet nicht vor der Musikszene, sie wirkte auch in vielen berühmten Filmen und Fernsehsendungen mit und stellte ihre Vielseitigkeit und ihr Talent in vielen verschiedenen künstlerischen Bereichen unter Beweis. Sie trat mit vielen berühmten Künstlern auf und trat in beliebten TV-Shows auf und hat sich so einen unersetzlichen Namen in den Herzen der Fans gemacht. Doch trotz großer Erfolge und unzähliger Auszeichnungen bewahrt Katharina Valente stets eine bescheidene und einfache Haltung. 1980, als ihre Karriere ihren Höhepunkt erreichte, beschloss sie, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen, um ihr Privatleben zu genießen. Diese Entscheidung ist kein Aufgeben der Karriere, sondern ein Weg, Frieden und Zufriedenheit im Privatleben zu finden. Heute lebt Katharina Valente ein Leben abseits des Rampenlichts und konzentriert sich auf die kleinen Freuden und die Ruhe des Alltags. Sie verbringt Zeit mit Familie und Freunden und geht persönlichen Interessen nach, die früher aufgrund ihres vollen Terminkalenders möglicherweise vernachlässigt wurden. Auch wenn sie das Rampenlicht der Bühne verlassen hat, sind ihre Karriere und ihr Einfluss immer noch in den Herzen der Fans und der Unterhaltungsindustrie verankert. Mit einer erfolgreichen Karriere und unbestreitbaren Beiträgen zur Kunst verdient Katharina Valente die Anerkennung als große Ikone der internationalen Unterhaltung. Auch wenn sie sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat, ist sie weiterhin eine Inspiration für Generationen von Künstlern und Fans und beweist, dass Größe nicht nur vom Erfolg auf der Bühne abhängt, sondern auch von ihrer Fähigkeit, das Leben in Frieden und Zufriedenheit zu genießen. Katharina Valente, eine berühmte Musikikone, hat mit ihrer brillanten Karriere und ihrem unglaublichen Erfolg tiefe Spuren in der Unterhaltungskultur der Welt hinterlassen. Ihr berühmtes Zitat »Ich habe alles getan, was ich tun wollte« aus einem Interview mit der Zeitung »Kurier« im Jahr 2019 ein wahres Spiegelbild ihrer reichen Karriere und ihres Lebens. Katharina Valente wurde 1931 in Paris, Frankreich, in eine Künstlerfamilie geboren. Die Kombination der deutschen und französischen Kultur prägte nicht nur ihre Persönlichkeit und ihren künstlerischen Stil, sondern eröffnete ihr auch viele Möglichkeiten in ihrer Gesangs- und Auftrittskarriere. Seit den Anfängen ihrer Karriere zeichnet sich Valente durch ihre vielfältigen Darbietungsfähigkeiten und ihre einzigartige Stimme aus. Sie ist nicht nur eine hervorragende Sängerin, sondern auch eine vielseitig talentierte Künstlerin, die ihr Talent in vielen Musikrichtungen zum Ausdruck bringt, von Jazz über Pop bis hin zu traditioneller Musik. Die Kombination aus perfekter Technik und charismatischem Auftrittsstil hat ihr geholfen, die Herzen von Millionen Fans auf der ganzen Welt zu erobern. Katharina Valentes Karriere ist nicht nur von Erfolgen in der Musik geprägt, sondern auch von Erfolgen in Film und Fernsehen. Sie hat in vielen Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt und damit ihr schauspielerisches Können und ihre berufliche Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Ihre jahrzehntelange Karriere beweist ihre Ausdauer und ihre unerschütterliche Leidenschaft für die Kunst. Katharina Valente ist auch für ihre internationalen Tourneen bekannt, die ihre Musik und Begeisterung in die ganze Welt tragen. Sie trat auf vielen großen Bühnen auf und nahm an wichtigen Musikveranstaltungen teil, wodurch sie einen großen Einfluss auf die globale Musikindustrie hatte. Die Liebe und der Respekt, die sie von ihren Kollegen und dem Publikum erhielt, spiegelten nicht nur ihren Erfolg wider, sondern zeigten auch ihr Engagement und ihre grenzenlose Leidenschaft für die Kunst. Auch im Alter von 3,90 Jahren behält Katharina Valente ihren Optimismus und ihre positive Energie. Sie arbeitet ständig und widmet sich ihrer Karriere, immer auf der Suche nach neuen Wegen, mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten und ihm Freude zu bereiten. Das Sprichwort »Ich habe alles getan, was ich tun wollte« ist nicht nur eine Aussage über ihre berufliche Leistung, sondern auch ein Beweis für den Stolz und die Zufriedenheit, die sie aus ihren Leistungen zieht. Katharina Valentes' Karriere ist eine Reise voller Inspiration und Anspruch. Sie führte ein erfülltes Leben voller Erfahrungen und Erfolge und machte ihren Namen zu einem wichtigen Teil der Geschichte der Weltmusik und Unterhaltung. Auch wenn die Zeit vergehen mag, wird das Erbe, das sie hinterlässt, für immer als Inspiration für zukünftige Generationen von Künstlern und Publikum dienen. Derzeit kommuniziert Valente mit seinen Fans über Social-Media-Plattformen, insbesondere Spotify und Facebook, und nutzt regelmäßig aktualisierte »Best-of-Valente«-Playlists. Diese Playlist hilft Fans nicht nur dabei, Valentes neueste Hits einfach zu verfolgen, sondern ist auch ein Ort, an dem er seine absoluten Lieblingssongs speichern kann. Jedes Mal, wenn die Playlist aktualisiert wird, können sich Fans an neuen Aufnahmen, exklusiven Remixen und noch nie zuvor gesehenen Songs erfreuen. Dies erhöht nicht nur die Verbindung zwischen Valente und den Fans, sondern schafft auch einen lebendigen und regelmäßig aktualisierten, interaktiven Raum. Auf Spotify sind »Best-of-Valente«-Playlists zu einem wichtigen Bestandteil des Musikerlebnisses der Fans geworden. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach auf alle Songs von Valente zu jedem Zeitpunkt seiner Karriere zugreifen, von seinem Debüt bis zu aktuellen Hits. Spotify bietet Valente eine großartige Plattform, um seine Musik einem breiteren Publikum vorzustellen und ist gleichzeitig ein Ort, an dem Fans ähnliche Musikempfehlungen finden und weitere Songs und Künstler entdecken können, die ihnen gefallen könnten. Auf Facebook interagiert Valente regelmäßig mit Fans über Beiträge, Livestreams und Online-Events. Seine Facebook-Seite ist nicht nur ein Ort, an dem er die neuesten Musikupdates ankündigt, sondern auch ein Ort, an dem er persönliche Geschichten, Fotos hinter den Kulissen und sogar kommende Musikprojekte teilen kann. Durch die Nutzung von Facebook kann Valente eine engere Verbindung zu seiner Fangemeinde aufbauen. Er kann direktes Feedback von Fans erhalten, an Diskussionen teilnehmen und Wettbewerbe oder andere unterhaltsame Aktivitäten organisieren, um das Interesse der Fans aufrechtzuerhalten. Best-of-Valente-Playlists auf Spotify und Facebook-Interaktionen bilden zusammen ein starkes und lebendiges Musikökosystem. Dies trägt nicht nur dazu bei, Valentes Präsenz auf digitalen Plattformen zu stärken, sondern bietet ihm auch die Möglichkeit, enge Beziehungen zu Fans aufzubauen und zu pflegen. Regelmäßige Updates und aktive Interaktionen tragen dazu bei, dass Valente nicht nur alte Fans behält, sondern auch viele neue Musikliebhaber anzieht und so zur nachhaltigen Entwicklung seiner Musikkarriere beiträgt.